Das Event INSIDE ist ein ganz besonderes Event, was Deloitte Corporate Finance anbietet hier auf dieser wunderschönen Insel Sylt in diesem wunderschönen Hotel. Ich finde, wir haben eine ganz ausgezeichnete Auswahl an Bewerbern. Ich glaube, der INSIDE-Kandidat hat einen viel besseren Einblick in das, was ihn bei Deloitte erwartet. Ich denke, wenn man hier an so einer Veranstaltung teilgenommen hat, dann versteht man schon recht gut die Vielfältigkeit der Aufgabenstellungen. Also für mich war es hier auf Sylt eine tolle Gelegenheit, die Kollegen sowohl auf der fachlichen als auch auf der persönlichen Seite kennenzulernen. Neubewerbern würde ich mit auf den Weg geben, dass sie wirklich ihre Scheu vom ersten Tag an fallen lassen sollten. Was für mich persönlich noch wichtiger ist, was die Präferenzen der Bewerber sind. Denn ich habe hier in privaten Gesprächen abends an der Bar viel besser die Chance, den Bewerber kennenzulernen, was für ihn wichtig ist. Und darüber auch festzustellen, ist er der Richtige für uns? Und der Kandidat stellt natürlich auch fest, passe ich zu Deloitte. Bis zum nächsten Mal.